Alter Bruder, okay, warte. Also das Ding ist, das ist jetzt geil. Das hier ist jetzt drei Jahre her, dieses Jahr vier Jahre. Das war das erste Mal, dass ich auf der Gamescom war. Boah, eigentlich müssen wir uns das reinziehen, Leute. Dann hier einmal vor zwei Jahren. Einfach, wie es jedes Jahr alles verändert. Dann vor, also beziehungsweise das ist jetzt bald dieses Jahr dann drei Jahre her. Dann vor zwei Jahren habe ich kein Vlog gemacht und das war letztes Jahr hier. Eigentlich müssten wir da mal reinschauen und gucken, was sich in den Jahren verändert hat. Ich glaube, das ist eine geile Sache. Oh mein, ey, das wird jetzt echt peinlich, Leute. Ohne Spaß. Es tut mir leid, aber das wird wirklich, das war das erste Mal Gamescom. Das ist jetzt vier Jahre her, Leute. Ihr wisst, ich mache seit fünfeinhalb Jahren YouTube so und das war das erste Mal. Krass, nicht mal 100.000 Aufrufe damals noch. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr bereit für den übelsten Cringe, den ich jetzt erleben werde? Das habe ich damals auch noch selbst gecuttet und so, ja? So Leute, wir sind jetzt hier. Oh Mann. Erstmal habe ich das Ganze mit einem Toaster aufgenommen. Also ich weiß natürlich, mit was ich das aufgenommen habe. Es war mit einer Canon Legria. Ich weiß nicht, warum ich das Video irgendwie, habe ich das glaube ich abgrundtief scheiße gerendert. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hatte auch noch eine Zahnspange damals. Und, was soll ich gerade sagen? Ja, da war ich in Köln. Und das Ding war damals noch, am Anfang aus dieser Sicht, da bin ich mit Nils hingefahren. Da war ich 17, glaube ich. 16 oder 17. Ne, da war ich sogar noch 16. Oder war ich 17? 16 oder 17 war ich da. Und da hatte ich noch nicht mal einen Führerschein. Da ist Nils noch gefahren, mein alter Mitwohner mit seinem VW Golf. Alter, wie höre ich mich denn da an? Ey, Bruder, muss absolut los. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Gamescom-Gelände angekommen. Und wir suchen jetzt erstmal Amix und Brawns. Ja, damals noch die alten GTA-Zeiten. Wer das noch kennt mit natürlich Standardskill seit Anfang an dabei. Aber Standardskill war da, glaube ich, gerade. Das war seine tote Phase. Und Amix und Brawns, ja damals noch aus der GTA-Szene. Amix! Brawns, damals noch. Was war das damals? FIFA 17 oder was, alter? Mach mal laut, heißt nicht... Ist nicht laut genug? Wie findest du FIFA 16? Ist voll geil mit den Frauen, die Shaking-Boobs-Technik ist geil. Alles klar. Azad einfach. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Alter, Bruder. Azad einfach damals noch. Ja, kenn ich auch schon saulang den Typen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war, glaube ich, damals auch irgendeine YouTuber. Weiß gar nicht, ob der noch... Weiß jemand vielleicht, wer das hier war? Aber warte, ey, scheiße, meine Facegames drüber. Ihr seht den gerade gar nicht. Wisst ihr, wer das hier ist? Hier, äh, Hornisse. Alter. Wie viel Musik hab ich da immer drunter laufen lassen? Nein, das war nicht Brox, das war nicht Brox. Einfach Unge, ja. Das Ding ist halt damals... Oh, ich weiß nicht, Unge war... Ich glaube, auch so mit einer meiner größten YouTube-Vorbilder damals. Muss man einfach wirklich sagen. Ich hab ihn übelst gefeiert. Damals diese Longboard-Tour, seinen Minecraft-Kanal, seinen Vlog-Kanal, den er noch hatte. Also, vor allem, wenn ich heute so in diesem Ding drin bin, ich frag mich, wie der Typ das so krass... Also, der hat ja übelst gehustelt. So, er hat Twitch-Streams noch gemacht, jeden Tag Vlogs. Immer, immer Minecraft-Videos, Longboard-Touren und so. Also, der hat richtig, äh, gehustelt, ja. Muss man sagen. Unge habe ich damals unfassbar gefeiert. Fand ich richtig cool. Wollte ich auch ein Bild damals mit ihm machen, so. So, Leute, das war der erste Gamescom-Tag, BZB-Presse-Tag. War eigentlich ganz cool, Leute. Ich bin unterwegs mit... Felix. Und... Eidzog. Ey, Eidzog! Eidzog lebt auch noch. Ja, cool, stimmt. Halt er mal. Halt er mal. Halt er mal. Ey, also, Leute, es tut mir leid. Ich will mir das gar nicht länger anschauen. Ey, das ist mir so unangenehm, ne? Also, wirklich... Felix, wie ich dich feier, Bruder? Was feier... Was feierst du? Ich kenne nur dich, denn du bist der Best. Dankeschön, David. Oh, was auch noch? Das hast du jetzt hier gemacht. Wir lassen jetzt noch ein bisschen den Tag auskriegen nach dem ersten Gamescom-Tag. Ey, es macht mich so aggressiv, wie ich da rede. So voll so... Ja, Leute, wir lassen jetzt noch den Gamescom-Tag auskriegen. Alter, rede doch mal laut. Rede motiviert. Was habe ich da damals gemacht? Ich glaube einfach, ich war damals noch so übelst, wie soll ich sagen, kamerascheu. Weil ich habe ja auch, glaube ich, das erste oder fast die ersten zwei Jahre, ähm, ähm, äh, habe ich gar nicht, äh, habe ich gar keinen Facecam gemacht. Also, das war, glaube ich, noch übelst so scheu vor der Kamera. Aber es steht da Unge, Monte und mehr getroffen. Monte habe ich auch getroffen da damals. Das Ding ist, Monte kenne ich auch schon ultra lang, weil ich war sogar damals, ähm, ähm, als ich, glaube ich, mit meinem iCrimmix-Kanal 2000 Abonnenten hatte. Da, äh, war ich damals im gleichen Netzwerk wie Monte und da habe ich mit ihm noch geschrieben. Da hatte er auch, er hatte da auch erst 10.000 Abos oder so. Also auch noch richtig, äh, klein war der da. Ähm, da habe ich mit dem noch geschrieben und habe den gefragt, wie das mit den YouTube-Einnahmen auszahlen läuft und so. Also, äh, den kenne ich auch schon richtig lange. Ist cool, ähm, morgen geht es dann auf jeden Fall richtig los. Da kommen ja dann erst alle. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Abo-Treffen wird. Ich habe ja sowas noch nie gemacht. Ähm, habe keine Ahnung, wie viele kommen werden. Wie gesagt, wir jetzt schon... Wahrscheinlich waren so drei Leute da. Lassen noch ein bisschen einen gediegenen Tag ausklingen. Hier im Rheinpark sind wir, glaube ich, in Köln. Keine Ahnung. Damals kann ich mich in Köln auch noch nicht aus, ja? Hey, nix. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, dass ich auch mal da hinziehen werde. Ey, was mache ich da? Ey, Nils, mit deinem Krammix-Shirt. Ey, Lukas, Alter, auch. Parra. Und, ähm, ja, die kenne ich noch. Ey, es ist so cringe. Es ist so cringe. Aldi. Ey, der Shirtube-Stand. Stimmt, damals hatte ich mein Merch bei Shirtube. Boah, da habe ich mich schon, äh... Da habe ich mich schon gefühlt wie der König, dass ich da in den Stand reingehen durfte. Was? Du kannst spielen für mich jetzt. Ja, klar. Ja, komm, hier. Wer war das nochmal? Weiß ich auch nicht mehr. Ey, warte. Du kannst auch in mein Blot. Was noch so? Ja. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Der Monte, damals noch? Ey, Monte war auch ein bisschen zugenommen. Der Monte, ja, hat ja viel, äh, schmaleres Gesicht auf jeden Fall. Haha, der Bizeps-Flex. Aber damals hatte ich schon einen stabilen Körper. Ich war richtig viel im Training damals. Heutzutage leider nicht mehr so. Warte mal, warte mal, warte mal. Leute, ihr wisst, wer das ist. Ihr wisst, wer das ist, Leute. Der kleine, fetti Boom-Boom-Lukas. Das ist hier unser Arrive. Aber damals hatte er auch auf jeden Fall schon mehr Abonnenten. Also hatte damals mehr Abonnenten als ich. Lukas auch, Leute. Absoluter Bruder. Ich lieb den Jungen. Boah, da hab ich mich, glaube ich, echt. Das war krass. Ein paar Autogramme, Bilder und so machen. Das war... Er hat den Kleid voll weggestupst, ja. Das war cool, ja. Ey, ich hab einfach viel zu viel Musik in meinen Vlogs damals laufen lassen. Oha, wer ist das denn? Warte mal, wer ist das denn? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hat die mich da damals angeflirtet? Hab ich das nicht mitbekommen? Oder warum guckt die mich da so an und spielt sie mit ihren Haaren? Die ist das. Glaube ich jetzt auch nochmal, Lukas. Also melde dich gerne auf Instagram, falls du das hier sehen solltest. Die Dame gerade aus dem Video. So, Leute, das war unser Gamescom-Tag. Nee, nee, sorry, kann ich mich nicht anhören. So, dann auf jeden Fall hier würde ich sagen, dass vor drei Jahren überspringen wir jetzt mal. Wir können ja mal kurz reinschauen. So, Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall in Köln angekommen. Ist schon besser, wie ich da rede, ne? Also, das vor vier Jahren... Das konnte ich mir ja gar nicht geben, ja? Also, das war ja... Ich würde sagen, wir schauen aber direkt mal, machen einen Jump. Oh, 670.000 Klicks. Ja. Wir machen mal direkt einen Jump zu jetzt letztem Jahr. Und dann können wir einfach mal direkt sehen, was hier bei dem iCrimix sich in vier Jahren verändert hat. Was, was machst du? Was machst du? Ich meine dich eh nicht gerade, ich bin der Körde. Stimmt, alter Seville, ja? Wer ist der Kimpf5 Seville? Da ist Brock. Wer ist da? Wer ist das? King Standard Skill, der Melone ist. Kannst du aufhören, willst du mal folgen? Geh doch durch! Ja, ich muss die Diener kriegen. Ja, ich möchte aber da lang. Ja. Also, jetzt geht's gut dann. Mega, ich will nicht, dass du das füllst. Ja, übel, ne? Wir wollten jetzt so unter uns sein, ey. Was soll das? Mach doch mal jetzt die Kamera weg. Das ist die Anfrage! Hey, Leute, die Kramix hier. Heute Games kommt, Tag 3. Du musst meine Bauchtaschen? Ja. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt erst mal auf die Games-Kontakt. Also, auf jeden Fall... So arg lang dort bleiben. Mal schauen, was da abgeht und ansonsten vielleicht... Äh, ich würde mal sagen, man sieht schon deutlich einen Unterschied zwischen dem ersten Grade Eheboden und jetzt. Schon ein bisschen in die City. Das ist mein Junge. Das ist mein Onkel. Nein, wir haben den adoptiert, Philipp. Mhm. Samuel haben wir adoptiert. Mhm. Ich liebe Gamescom, Leute. Ich liebe Gamescom. Auf jeden Fall nehme ich euch heute mal ein bisschen mit, wie das hier ist. Gestern war noch Revive da, der kommt morgen jetzt wieder dazu. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob das Video nur heute sein wird oder auch die nächsten Tage. Also, verprügelt auf jeden Fall mal den Like-Button, wenn ihr Vlogs feiert. Und ich würde sagen, äh, let's go, let's see. Okay. Das war's für heute. Boah, Leute, ich liebe sowas, ne? Ich liebe sowas, ich liebe sowas. Wisst ihr warum? Weil man sieht einfach so, was sich in den Jahren verändert hat. Weil jeden Tag so, man kriegt das ja nicht mit. Man sagt ja nicht so, boah, heute bin ich jetzt gestern wie der Tag davor oder so. Aber wenn man so jetzt mal so die genauen Unterschiede sagt, Alter, ey, das war letztes Jahr. Und einfach ist es noch mal krasser geworden als letztes Jahr. Wisst ihr, wie ich meine? So, man, ständig wird man irgendwie, keine Ahnung, trainierter, vor der Kamera zu sprechen. Ständig wird der, keine Ahnung, Lifestyle krasser und so. Ich meine, achtet mal auf das Video vor vier Jahren und jetzt hier mit S63, Rolex, dies, das, meine Jungs. Schön, schön Vlog, Kameramann, alles am Start, Leute. Richtig schön, flex, flex. Oh, nice, ja, das ist geil. Was soll ich sagen, Leute? Lutsch. Oh, ding. Schön, der Lackenklotter ist da. Max, du, so weiter machst du dich auch aufzunehmen. Ist der Gehaltskürze, ne? Na, nein, war jetzt nicht so gemeint. Alter. Letztes Jahr war es schon krank, Leute. Also, letztes Jahr war es schon krank, so. Das war, hier, was ihr jetzt links sehen könnt, ist diese YouTube Gaming Lounge. Wenn man, also, als ich rauskomme bin, immer, keine Ahnung, 50 Bilder oder so machen. Oder bei Fortnite stand, als ich da weggehen wollte, aus Fortnite stand weggehen wollte. Bruder, ich habe eine Stunde gebraucht, um da wegzukommen. Also, ist ja geil, ist ja geil, weil du merkst, ich finde, Gamescom jedes Jahr ist so richtig wie so eine Art, wie soll ich sagen, so eine kleine Arbeitsbestätigung. So, wie als würdet ihr so einmal im Jahr immer checken, was sich so verändert hat. Wisst ihr, wie ich meine? Und man sieht so, boah, es werden immer mehr Zuschauer, die einen kennen, die einen ansprechen und so. Und das ist dann halt geil, weil dann weißt du so irgendwie, alter, dieses Jahr war wieder, das letzte Jahr ist wieder richtig schön was geleistet. Hast deine Community vergrößert und so. Das macht Spaß, Leute. Das ist geil. Und deswegen, also, es freut mich, wie es läuft. Ich glaube, jetzt kommt gleich eine übelst lustige Stelle mit einem. Einige zockt. Ich habe auf jeden Fall auf Einige zockt seine Ecke zwischen dir abgezogen, eingezogen, eingezogen, wenn du das siehst. Ja, deine Shirts drunter zockt. Ich gebe mir meine Tasche zurück, Liga. Achtung jetzt. Liga, da ist meine Kamera drin, halt dein Maul. Machs gut, Jungs. Ja, ja. Da ist die Tasche wohl weg. Ich gebe mir meine Tasche, du Hunde. Liga, ich brauche die Tasche. Machs gut, Gamescom 2018. Das war 2018. Ihr seid alle in meinem Herzen drin. An alle, die ich getroffen habe. Post die Bilder, gehen nach dem Zock hören. Ich küss euer Nacken. Lass dir, Savile hier. Muss los, Bruder. Herr Savile, der kann heimlaufen. Tschüss. Ja, Jungs. Also, ich bin jetzt noch hingeblieben. Weiß es nicht, warum. Und gleich kommt noch ein Zock hinterhergerannt. Hallo. Ich kriege Standard-Skill-Box. Kriege ich ein Bild, bitte. Jetzt ohne Spaß. Kiki, do you love me? Are you riding? Alter, Savile liebe ich auch, Alter. Ja, Savile auch. Kleine. Ich brauche mir die Tasche. Liga, jetzt gib mir meine Tasche. Ah, ich liebe meine Jungs, Leute. Ich habe die beste Crew. Ja, jemand muss auch fahren. Ja, ich fahr doch gerade. Jawohl, nice, Digga. Oha. Was hast du das gelernt, Digga? Fortnite. Ich kann das gar nicht. Was los, Junge? So, meine Freunde. Es geht wieder auf die Gamescom. Nächster Tag. Gestern haben wir gar nicht so viel. Anzeige 9. Deswegen packe ich heute den Tag nochmal mit drauf. Wir haben ultra verschlafen. Es ist jetzt einfach schon 16 Uhr. Also, wir gehen jetzt 16 Uhr erst auf die Gamescom. Du hast verschlafen, weil du wolltest nicht kommen. Wir waren bereit, Junge. Ja. Ja, ich war wahrscheinlich der Einzige, der geschlafen hat. Und Philipp will heute mal meine S-Klasse fahren. Ich würde sagen, Leute, alle, die wollen, dass Philipp fährt, lassen jetzt mal ein Like da. Und Leute, die denken, dass er mein Auto schrottet, machen wir einen Dislike. Okay? Einfach mal alle bewerten. Er wird jetzt trotzdem fahren. Ich mach es kaputt. Ich mach nie sein, der Weg ist gut, Digga. Ah, du musst einsteigen, Digga. Ja, ja. Lass mich da ruhig. Lass mich jetzt ruhig, Max. Ach stimmt, ich geh auf Beifahrersitz. Ich wollte sogar auf Ehrenbasen nach hinten. Ach, wolltest du? Ja, jetzt aber nicht mehr. Nein, ich bin auch noch. Standard-Skill in der S-Klasse. In der S-Klasse. In der S-Klasse. So, Mr. Grill. Geiles Auto, Digga. Ist heile noch. Man sieht es. Steht hier. Digga, du hast die Felge verkratzt. Nein. Nein, Spaß. Das war wirklich auch letzten Sommer ein schöner Wagen, weil das war der gleiche Wagen, den ich im Prinzip jetzt auch habe, auch mit Graunsohn, nur jetzt habe ich den als AMG. Und letztes Jahr war es kein AMG, also jetzt ist es nochmal besser als letztes Jahr. Aber der war letztes Jahr auch schon, hat auch schon Spaß gemacht. Hat auch schon ein schöner V8 unter der Motorhaube, 470 PS, halt ein bisschen aufgediegener. Dankeschön, Bruder, Dankeschön. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz, wie viel ist dein Outfit-Wert-Challenge? 480 Euro. 470, Digga. Hose 40, 45, Digga. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Pullover 40. Ja? Umhängetasche 15. Alter. Fake Goldkette 15. Bruder, mach nicht du, die ist echt. Nein, die ist 15 Euro. Ja, mittlerweile hat er sich eine echte geholt. Gut, Digga. Er gibt zu, weißt du, ne? Ja, ja, auf Ehrenbasis gibt er zu. Auf Ehrenbasis, natürlich. Wir haben hier einen Stolz... Ey, stimmt, da hatte der noch keine Rolex. Rolex hat er sich ja auch geholt, der Junge. Was ist das jetzt alles? Ist alles unter Hose und so, Digga? Ja, mach mal nochmal 10 Euro drauf. So sind wir bei 300. 300 Zocken. Alter. Respekt. Okay. Da haben wir Eidelzock verarscht. Ja, das war ein Fortnite-Stand hier. Ja, genau, Leute, und das ist das, was ich meinte, als wir aus Fortnite-Stand raus sind. Ey, das war zu krass, wie viele Leute da waren. Die habe ich nochmal gesehen danach. Wo habe ich sie nochmal gesehen? Und zwar, ähm... Wife hatte so ein Abonnententreffen im Saturn hier in Köln. Da, äh... Ja, Philipp hat voll den breiten Oberkörper. Ja, Angelina, wenn du 18 bist, dann kannst Philipp gerne schreiben. War hier noch ein bisschen gelabert, die Stars. Digga, ist das der echte Serdo, Alter? Bruder, ich will ein Foto mit dir machen. Nein! Nein! Endlich ist er weg. Er ist tot, ganz ehrlich. Und? Alter! Hast du Angst? Bisschen, sag mal. Angst, ne? Telle macht nicht, Digga. Alter, ich hab schon Platzangst passiert. Egal, Leute, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall, um nochmal auf diesen, ähm... Um nochmal auf diesen, äh, Grund, äh, oder wie sagt man, auf diesen eigentlichen Punkt zurückzukommen. Es hat sich unfassbar viel verändert die letzten Jahre. Es ist unfassbar geil, wie viele Leute ich erreiche. Und es ist, äh, unfassbar schön zu sehen, was ich auch einfach für einen, ja, was ich einfach für korrekte Menschen eigentlich jeden Tag um mich herum habe. So Leute wie zum Beispiel ein Savile durch YouTube kennengelernt. Eine Wife durch YouTube kennengelernt. Starskiller hab ich davor schon kennengelernt, aber ich sag mal, mit ihm bin ich durch YouTube so richtig gut befreundet geworden und so. Also man hat unfassbar, äh, viele neue, coole Freunde mit dazu bekommen. Und, ähm, ja, ich bin extrem dankbar dafür, was ich machen darf, dass so viele mich supporten. Wirklich, Leute, Kuss geht raus. Und, ähm, ja. Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, bis dahin, ich danke euch für alles. Euer Kramix. Uitzraucht. Mal. Six. Am Six. Mal. Six. Mal. Mal. Vielen Dank.